Ja, dann geht es weiter. Mit Video Nummer 5. Ja, also jetzt geht es direkt, nochmal Kleid. Ja. Ja, mit Kleid, jetzt muss ich mal auf, das ist ein Top-Kleid, das läuft doch. Dann haben wir uns das alles so reingelegt und ich stange es in den Sack rein. Richtig. Ja. Und dann haben wir das hier wieder als Top. Genau. Und dann haben wir das hier wieder als Top. Genau. Und dann haben wir schon Tunika ist das. Ja. Auch wieder, jetzt kann man auch auf Hosen oder Brücke tragen. Sieht auch immer toll aus. Wir sind heute ewig lange für euch mit der Bahn gefahren, Freunde. Dann kommt dieses im Royal Blau. Ja. Die schenkt auch noch an. Oder auch in der Farbe Relax. Mhm. Also für 19,90 habe ich jetzt wirklich super Kleid, ja. Ja. So wie auch dieses Top hier nochmal. Ja. Die Tunika, da kann ich ein bisschen weit. Und auch nochmal für 15 Euro dieses Kleid hier. Kleine Kleid. Mhm. Ich kann nur sagen, wir haben wirklich super Sachen, super Qualitäten aus Italien, zu top angeleitet. Ja. Und dann machen wir auch das hier. Doch, da kommt noch was. Ups. Das ist das hier. Ja, hier haben wir jetzt ein Binnigleid. Mhm. Und jetzt war es schwarz. Auch ganz süß. Und Silber. Und noch mal eingearbeitet. Wo ist das Silber? Ja. Hier oben die Träger. Ah ja, seht ihr Freunde. Da seht das. Hier ist das. Ah ja, wir haben eine Tunika-Bluse. Mhm. Ist auch ganz toll. Ja. Eine super schöne, leichte Bluse. Hier unterhalb nochmal so ein Tuschel angesetzt. Ganz leicht. Mhm. Und hier oben ein Binderbändchen. Und hier oben könnt ihr die Bluse auch ganz toll als Karnbluse tragen. Hatten auch ein kleines Ärmchen hier. Mhm. Also ist richtig schön luftig gearbeitet. Dann haben wir die Bluse auch nochmal. So wie auch hier nochmal ein schönes Kleid. Ein bisschen batik. Ja. Und das deutet. Mhm. Mhm. Auch in 1997. Gibt's auch mal in der Farbe rot. Ja? Nein, das ist ein Tunika. Ja. Wieder zu den einen Hosen. Ja. Wie ich eben gesehen habe. Diese breiten Hosen. Und der ist sehr gut tragen. Und auch wenn der wollte auch in den Jeans. Oder einfach mit dem Beinanzug. Das auch. Und hier haben auch in der Hose. Rot und Schwarz. Da geht das ja auch mit. Rot und Schwarz geht ja auch immer. Und Schwarz geht auf jeden Fall. Das sieht auch mal toll aus. So haben wir hier. Das ist auch ein ganz süßes Kleid. Mhm. Auch weiß und blau. Das sieht auch so süß aus. So, jetzt kann man das gut achten. Dann haben wir für euch hier auch diese Hose hier in Pink. Mhm. Die Hose noch zu. Das sieht auch kass aus. Ja. Dann hat man so den Pink. Auch wieder diese breite Hose. Mhm. Auch immer ein Pink da. So wie auch hier dieses Tunica wieder. Mhm. Da sieht man Kass aus. So. Und dann habt ihr immer noch einen tollen Zweiteil ab. Ja. Dann was haben wir hier? Ah, hier haben wir die Jippelblüsen. Die sind auch für 15 Euro. Die sind auch wirklich schöne, frische Farben. Und von unten könnt ihr die dann nochmal so mit den Knoten wickeln. Ja. Ja, sieht auch kass aus. Moment, jetzt hab ich ruhig die Seite. Die sind richtig super leicht. Also ihr habt gar nichts anderes. Also die sind super schon angenehm. Jetzt haben wir die auch nochmal reingeholt. Mhm. Andere Farben. Weil die kommen liegen hier. Jetzt haben wir nochmal ein Bartek. Hier. Hier haben wir auch nochmal eine Hose. Schindsblau. Ja. Wie ihr seht, haben wir wirklich viele Sachen da. Dazu die Jippelblüsen haben wir natürlich. Darf man sehen. Die ist super schöne. Tunika. Da sieht es auch wieder klasse aus. Was haben wir hier? Ja, hier haben wir nochmal ein Bartek. Weiß mit Blau. Dieses schöne Kleid. Sommerkleid. Mhm. Das ist auch nochmal. Weiß mit Blau. Schon die Farben wieder schön. Ja. Warte mal das nächste Video.